Hier bin ich in Turin an der Ausfallstraße in der Nähe von der Autobahn. Hier gibt es eine Tesla Supercharger-Station mit etlichen CCS-Ladesäulen, aber eben auch ein riesengroßes Shoppingcenter. Nicht nur das hinter mir, wo es einzelne Geschäfte gibt, sondern auch dort hinten hinter der Hochgarage. Eine Art Markthalle, ein Supermarkt, ich zeige mal einige Fotos, aber wenn man noch nicht genug Wurst und Käse und Wein gekauft hat oder essen will, also dort hinten, da wird man sehr, sehr fündig und gute Sachen gibt es dort. Ja, eine Riesenauswahl von Essen aller Art überall. Ein riesengroßer Carrefour Supermarkt. Ich habe mir hier eine Kiche gekauft für heute, wenn ich nach Hause komme zum Abendessen. Musik 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 Musik